Guten Abend, herzlich willkommen bei dem virtuellen Treffen mit dem großartigen Comic-Autor Sepp aus Genf. Ich begrüße alle an den Bildschirmen, wie man so schön sagt, und freue mich sehr, dass wir heute Abend hier ein Gespräch mit Sepp über sein Buch «Lie End» führen können. Guten Abend und willkommen alle und alle zu unserer virtuellen Gespräche mit dem fantastischen Dessinateur von Bandessiner, Sepp. Ich bin froh, dass Sie alle und alle auf dem Bildschirmen begrüßen. Ich möchte natürlich gleich sofort auch Isabelle Schreiber begrüßen. Sie wird dieses Gespräch übersetzen in beide Richtungen, also von Deutsch nach Französisch und von Französisch auf Deutsch. Vielen Dank, Isabelle. J'en profite pour présenter Isabelle Schreiber, qui va sur l'interprétation de l'Allemant vers le français et l'inverse. Merci d'avance. Und neben mir sitzt Johann, Johann Wächter, ein Schüler aus Frankfurt am Main. Wir beide sind gerade in Frankfurt am Main. Sepp, wo bist du? In Genf. In Genf. Und ja, ich habe Johann eingeladen oder wir haben Johann eingeladen, weil er sich ganz gut mit Büchern und Comics auskennt. Genau. Johann, du kennst dich nicht nur gut aus mit Büchern, sondern du machst auch was ganz besonderes mit Büchern. Erzähl doch mal ganz kurz und stell dich vor. Also, ich bin der Johann und auf Instagram habe ich einen Buchblog mit dem Namen Jungslesen ähnlich und auf diesem stelle ich immer Bücher vor, wenn die mir besonders gut gefallen haben. Also, Johann, ich te cède die Parole, weil du nicht nur zu schreiben, sondern du und es gibt auch etwas anderes in diesem Bereich. Ja, ich bin Johann, und ich habe ein Buchblog, die sich zum Beispiel » Les garçons ne lissent de toute façon rien«, und ich habe einen Buchblog ausgesprochen. Ich habe einen Buchblog ausgesprochen. Vielen Dank. Wo ist Jakob? Wieder da. Voilà. Ja, das ist live. Okay. Okay. Erzähl doch mal ganz kurz, was über deinen Blog Jungs lesen eh nichts. So heißt der. Genau, also auf diesem Blog bespreche ich Bücher und auf den Namen kam ich, weil wir waren im Urlaub und dort meinte eine deutsche Mutter, dass Jungs nicht lesen und dass Jungs im Urlaub so schwer zu beschäftigen wären. Und deswegen habe ich meinen Account so genannt, weil mich das geärgert hat. Und natürlich steht im Mittelpunkt. Und wir freuen uns ganz besonders, dass er bei diesem Gespräch dabei ist, der Comic Künstler Sepp. Und ich stelle ihn ganz kurz vor, aber ich muss schnell was spontanen fragen, weil das habe ich gar nicht recherchiert. Sepp, hast du selber Kinder? Also, évidemment, au centre de cette rencontre virtuelle se trouve l'artiste et le dessinateur de BD, Zepp. Mais il faut d'abord que je te pose une question. Est-ce que tu es en fait des enfants, Zepp? Oui, j'en ai trois. Ja, d'un, qui m'a servi de modèle pour la bande dessinée d'Ienne, qui a posé pour moi pour le personnage principal, Théodore. Et c'est le personnage aux longs cheveux. On a perdu à nouveau Jacob, non ? Die Internetverbindung ist anscheinend schlecht. On vient, je dis, la liaison Internet n'est pas bonne. On peut parler un peu de Diane en attendant. En fait, moi, je suis à la base plutôt un dessinateur humoristique avec la série Titoff. Et quand je travaille sur des livres réalistes, du roman graphique comme Diane, je fais un casting un peu comme pour un film. C'est-à-dire que je choisis mes personnages et je demande à des gens de poser pour moi et de jouer ces personnages, en fait. Alors, nous pouvons, solange le moderneur n'est pas là, je vais vous dire quelques mots sur The End. Il y a un moderneur, je termine juste le mot. Et en fait, normalement, je suis un dessinateur, qui raconte des histoires plus chrétiques, comme dans la Titoff. Mais pour Graphic-Novellen, j'ai l'habitude de faire des gens, comme dans le film. J'ai l'habitude de faire des gens, comme dans le film. Et puis, j'ai l'impression que je fais une figure. Et puis, j'ai l'impression que je peux faire des gens pour moi. J'ai l'impression que je peux faire des gens pour moi. Jacob est là. Oui, c'est très bien. J'ai l'impression que ça a toujours fonctionné. Alors, ils n'ont pas encore entendu la réponse qui concerne les enfants. Et désolé si la connexion s'interrompt, c'est jamais un cas d'habitude. Alors, là c'est la réponse. Die Antwort war, ja, j'ai trois enfants et un enfant a un modèle, la figure de Theodore. Ah, ok, ok, très bien. Ja, Sepp, heißt, wie man hier sieht, eigentlich Philippe Chaput. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist ein sehr erfolgreicher Comiczeichner. Er wurde vor allem bekannt natürlich wegen Titeuf, seinem Comic-Helden, der zeigt, dass er sich zumindest mit Kindern sehr gut auskennt. Ein ganz wunderbarer Comic, der, wir müssen es gestehen, in Deutschland nicht so populär ist wie in Frankreich, aber in Frankreich mega populär. Also, Depp, alias Philippe Chaput, ich hoffe, dass ich gut pronuncie votre nom, ist wirklich ein dessinateur couronné de succès, insbesondere für seinen Titeuf, seinen Häusern, der zeigt, dass er wirklich sehr gut ist, wenn es die Kinder gibt. Titeuf ist weniger populär, weniger diffuset in Allemagne als in Frankreich, aber in Frankreich ist wirklich ein großer succès. Darüber hinaus ist Sepp auch Regisseur. Er hat einen Film gedreht, einen großen Animationskinofilm über Titeuf und eine Fernsehserie, glaube ich, mitproduziert. Und er hat bestimmt noch viel mehr Talente. Vielleicht kommen wir nachher auch nochmal darauf zu sprechen, gerade wenn es um Musik geht. Ja, ich möchte ganz kurz sagen, was jetzt passiert. Wir werden gleich eine Stelle aus The End, das Buch, um das es heute geht, wir sehen es immer seitenverkehrt, vorstellen, dann wird es eine Diskussion geben, zuerst ein bisschen über den Stil und die Ästhetik, dann lesen wir nochmal eine Passage und dann wird es mehr um den Inhalt gehen. Der Comic The End war auch Teilnehmer eines Wettbewerbs, Frank Comic, der in Deutschland sich an Schulklassen gewandt hat, die Französisch unterricht haben und sie haben ihren Lieblingscomic gewählt und Videos dazu gedreht und zwei dieser Videos, die Siegervideos zu The End, sehen wir heute auch noch. Vielen Dank. Wir haben heute zwei Johanns, der zusammen mit Marguerite, merci, die Technik macht und wer Lust hat was zu fragen, kann das tun, wir versuchen die Fragen zu beantworten. Wir sagen auch danke schon mal, für die Einladung vom Institut Francais, wir freuen uns sehr darüber und ich habe vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Jakob Hoffmann, ich mache Veranstaltungen mit Comics und lade Leute nach Frankfurt ein, hauptsächlich Comic-Künstlerinnen und Künstler. Ich gebe ein Comic-Magazin raus, Polle heißt das für Kinder und mache ein Kinder-Comic-Festival einmal im Jahr in Frankfurt, das heißt Zipi. 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 Yeah. Zipi. 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 Genau und dann legen wir doch gleich los mit der ersten Frage, bevor wir lesen. Eine kleine Eingangsfrage, was mich interessiert, Zipi, ist, du hast schon gesagt, das ist schon ein Comic, der in eine andere Richtung geht, als man sie von dir kennt. Du hast schon ein Szenario zu einem, zu 2019 Paris geschrieben, das war schon sehr ernst, aber was war besonders bei diesem Comic für dich, als du ihn gemacht hast? Was hast du vielleicht auch an neue Erfahrungen dabei gemacht? Alors, on va tout de suite commencer par une première question. Zipi, tu as dit qu'avec cette BD, tu as été dans une nouvelle, dans une autre direction, tu avais déjà fait quelque chose dans le répertoire plus sérieux avec la BD 2019, mais qu'est-ce qui a été particulier avec The End et quelles nouvelles experiences as tu fait? Pour moi, ce qui est différent, c'est de travailler dans un registre plus réaliste, justement. Je me suis rendu compte que j'écrivais depuis toujours des scénarios réalistes, des scénarios plus dramatiques à côté de mes bandes dessinées humoristiques, mais je ne les dessinais pas. Je les écrivais en pensant les proposer à d'autres dessinateurs et un jour, je me suis dit qu'au fond, c'était peut-être plus simple de les dessiner moi-même. C'est aussi ce qui est possible dans la bande dessinée, c'est qu'on peut adapter son dessin assez facilement au fond et passer du réalisme à l'humoristique pour pouvoir raconter tout à coup d'autres genres d'histoire. Also was was anderes ist, ist, dass ich in diesem Bereich viel realistischer gearbeitet habe, aber seit immer habe ich seit langem schon habe ich Drehbücher geschrieben, die etwas dramatischer waren, die nicht so lustig waren. Das habe ich immer nebenbei, neben Titev gemacht und eigentlich mit dem Gedanken, dass ich sie vielleicht an anderen Zeichnern weitergeben würde, damit sie die wiederum zeichnen können. Aber am Ende habe ich gedacht, vielleicht ist es genauso einfach, wenn ich das selber mache und es ist etwas, was eben gut geht mit den Comic-Zeichen. Man kann seine Art zu zeichnen anpassen, um von etwas Lustiges auf etwas Ernsteres rüber zu gehen. Johann, gerade wurde angesprochen, der Unterschied zwischen Lustig und Ernst. Wie ging es dir als du The End gelesen hast? Was war dein erstes Eindruck? Was würdest du als erstes sagen, wenn ich jemand frage, was ist das für ein Comic? Also, Johann, Johann, tu as lu évidemment The End et on parle maintenant de la différence entre quelque chose d'humoristique et quelque chose de plus sérieux. Quelle a été ta première impression? Was ich ganz toll fand, war, dass das Buch so verschiedene Richtungen eingeschlagen hat bevor es dann am Ende zum Ende kam und das Ende hat mich auch, ohne zu viel zu spoilern, schockiert. Ja. Alors, ce qui m'a vraiment plu, c'est que l'album partait dans diverses directions. Au début et sans vouloir évidemment révéler la fin, à la fin j'étais vraiment sur le chock. Und wir werden das Ende natürlich nicht verraten und wir werden natürlich auch nicht das Ende jetzt hier zeigen, also das Ende der Geschichte, die Ende werden wir natürlich zeigen und machen jetzt den ersten Leseteil. Sepp wird selber lesen, er wird auch Französisch lesen und wir sehen die deutschen Sprechblasen dazu, außer bei den ersten beiden Bildern, das hat technische Gründe also nicht irritiert sein. Es gibt jetzt eine französische Lesung, eine kurze passage durch Sepp mit deutschen untertiteln, sozusagen. Alors, bien sûr, nous ne voulons absolument pas dévoiler la fin, mais on va quand même vous montrer des passages de The End. Et le passage qu'on va vous montrer, il va être lu en français par Zep, mais vous aurez, hormis les deux premières pages, ça a des raisons techniques, la traduction sous les yeux. Donc, ne soyez pas perplexes si le début n'est pas visible. En tout cas, on va écouter Zep, qui nous fait la lecture du premier passage. Bist du fertig, Zep? Tu es prêt? Ok. Santa Cruz de la Ferros, Pyrénée Espagnole. C'est magnifique. Ah, c'est en allemand. Oui, il va falloir. Er soll auf Französisch lesen, wenn es geht, oder hat er es nicht vor sich. Tu as peut-être la BD sous la main, Zep, pour le lire en français? Parce qu'il veut montrer les… D'accord. J'adore cet endroit. Merci de me l'avoir fait connaître. C'est le paradis de Juan. Juan, répond quelque chose. A l'aide. A l'aide. La réserve naturelle d'Oxla en Suède. Est-ce qu'il y a quelqu'un? You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. Bonjour. Come on, baby, light my fire. Oh, pardon. Théodore, je suis le stagiaire qui devait arriver aujourd'hui, mais le bus, oui, il a été coincé, comme d'habitude, dans la rivière. Excusez-moi, à partir de… À partir de l'après-midi, je mets mes écouteurs car le professeur écoute le premier album des Doors en boucle. Je m'appelle Moon. My fire. Venez, je vais vous présenter le professeur Frollet. Juste avant le début de The End. Après, on a droit, pendant 12 minutes, on n'a plus le droit de le déranger. Richard? Notre stagiaire Théodore est là. Saviez-vous que Jim Morrison avait écrit The End pour sa petite amie ? C'était juste une chanson d'amour pour un homme, pour un couple qui se quittait. Ah bon ? Et la magie de l'art en a fait un chef-d'œuvre. Vous vous intéressez à la musique ? Vous pensez… Alors là, je ne me souviens plus du texte en français, pardon. C'est parfait. Est-ce que vous croyez à l'inconscient ? Est-ce que vous croyez à l'inconscient, Théodore ? Nous essayons de travailler sur la communication des arbres, la manière dont ils nous comprennent. Venez avec moi. Nous mesurons ce qu'ils envoient, les gaz qu'ils envoient dans l'air et les messages qu'ils envoient. On les capte dans ces boîtes. Votre travail sera de les relever pour savoir ce que la forêt nous dit. C'est intéressant d'ailleurs. Ils ont réagi à votre arrivée. Ils ont déjà prévenu que vous étiez là. Et à quoi ça pourrait leur servir ? Ils ne vont pas partir en courant ? Non, ça ne peuvent pas le faire. Leur immobilité est justement… Là, je ne sais plus non plus par cœur, je suis désolé. Justement, leur immobilité les contraint à être extrêmement… à pouvoir s'adapter extrêmement rapidement. Voilà. Ils peuvent changer leur composition chimique en l'espace de quelques secondes. Ils peuvent faire des choses vraiment incroyables. Quand vous vous approchez d'un arbre, faites-le comme un ami. Sinon, il ne vous dira rien et ces informations partiront dans l'air sans qu'on puisse les comprendre. J'espère que vous avez bien compris ça parce que c'est essentiel pour notre travail. Vous nous expliquez le reste. Moi, j'ai rendez-vous avec Jim Morrison. Voilà. Ja, das ist natürlich ganz wunderbar, Seb, dass du jetzt spontane übersetzt hast. Das ist fantastisch. Vielen Dank dafür. Alors, c'est fantastique que tu as fait de la traduction à vue de manière spontanée. Merci beaucoup. Wir haben uns überlegt, dass wir nach dieser ersten Passage erstmal ein bisschen über Kunst sprechen und über Comics und wie das mit den Stilen und mit den Farben und so gemacht wird. Und meine erste Frage an dich, Sepp, ist, Musik spielt bei dir eine große Rolle. Ich glaube auch, dass dein Künstlername, wenn ich das richtig recherchiert habe, von Led Zeppelin kommt. Warum spielt Musik für dich eine so große Rolle? Also, nach diesem Passage, wir haben uns über die BD zu sprechen, von Art, von Stilen und den Farben, aber meine erste Frage ist, sie hat mit der Musik. Ich denke, die Musik spielt ein wichtiges Rolle für dich. Und wenn dein Künstler ist, dein Name, Sepp, kommt von Led Zeppelin. Welche Rolle ist der Musik? Ich bin ein Musiker. Ich bin ein Musiker. Ich bin ein Musiker, in ein Gruppes, seit ich 12 Jahre alt bin. Und ich habe immer noch ließ den Monde der Musiker und der ersten Künstler, die ich gemacht habe, eine Geschichte d'Hüstung, von einem Gruppe der Musiker, die sich 20 Jahre später befindet. Und in The End, ich wollte die Musiker, auf dem Künstler, die sich ein bisschen, wie immer ein Kindes, der Produkte von Laufen ist. Und dann, das Professeure von Botanisch ist ein Kindes-Gesüß. Ein Kindes-Gesüß, aber in der anderen Zeit war ein Kindes-Gesüß, der Idee, und Fan von Dörs. Er hat immer wieder gehört die Musiker von Dörs. Und das ist für ihn wie ein Kindes-Güßes-Güß. für jeden Tag. Der Professor ist eigentlich ein weiser Mann, aber der war auch mal ein junger Hippie und hat The Doors geliebt, war ein richtiger Fan und für ihn Doors zu hören ist etwas wie ein Gebet. Das ist total interessant, weil ich bin bei der Recherche, ist mir was aufgefallen. Ich habe nämlich diese CD in meinem Plattenschrank gefunden, die ich schon ganz lange habe und ganz großartig ist. Von Jean-Jacques Goldman und die Bilder, es gibt ein tolles Booklet darin und das hat Sepp gezeichnet. Also es ist ein fantastisches Booklet mit tollen Zeichnungen. Und ich habe dann recherchiert und gesehen, dass du auch mit Jean-Jacques Goldman live gespielt hast vor Tausenden von Zuschauern, ein Song von Alain Souchant. Also ich kann nur sagen, Sepp ist ein fantastischer Musiker, wirklich. Das ist ein fantastischer Musiker. Das ist ein fantastischer Musiker. Das ist ein fantastischer Musiker. Ja! Also war das Leonard, auch noch mit der Rechse,, mit Röntgen. Ja! Ich bin sehr, 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 sehr klingt. Das heißt, ich finde es, weil die Musiker und der Langstinine, in meiner Generation, sind oft in Kontakt. Wir haben immer Zeit, in der Märzik, von der Langstinie in der Galveston zu machen, es ist viel zu tun, wenn man in der Langstinie von Alain Souchant, von Renault, von Jan-Jacques Goldman, von Johnny Hallyday. Ich liebe einfach die Welt der Musik. Ich habe sogar mehrere Buchlets gestaltet, so etwa 15, aber natürlich ist das Buchlet von Jean-Jacques Goldman am bekanntesten. Kürzlich habe ich auch ein Buchlet gezeichnet für Renaud. Und ich muss auch sagen, dass die Welt der Musik und des Comics immer in Kontakt war, zumindest für meine Generation. Und in Frankreich ist es gar nicht so unüblich, Lieder von berühmten Sängern dann in Form von Comics zu verfassen. So sind Lieder von Jean-Jacques Goldman, Souchon, Johnny und so weiter auch gezeichnet worden. Jetzt habe ich mir eine Frage, nämlich, ich habe gemerkt, also beim Leser habe ich gemerkt, dass die Panels bei deinem Buch in verschiedenen Farben gezeichnet wurden, beziehungsweise angelegt wurden, wie man hier zum Beispiel sehen kann. Also hier einmal in grün oder hier in braun. Und ich wollte fragen, was das zu bedeuten hat, genau. Also, ich habe eine Frage, ich habe gemerkt, dass die verschiedenen Plänen haben, die verschiedenen Plänen haben, wie hier der Vert oder Brunatre. Und ich frage mich, ob es eine Signifikation hat. Ja, für mich, das ist für die Säquen. Insofern, wie im Film, für eine Säquenz, eine Säquenz zu einer. Wenn es der Tag im nächsten Tag, wir in ein anderes Ort, wir benutzen die Musik. Und es ist die Musik, die die Musik, die die Säquen, die diese Information gibt. Es gibt keine Säquen, die die Säquen oder später sagen. Wir verstehen sie mit der Ambulanz. Wie wir keine Musik in der Bandschiffen, wir benutzen die Säquen, die sagen, die Säquen, später, später. Und ich habe das nicht so sehr, ich mag das Prinzip der Film, die man nicht sagt. Also ich benutze diese verschiedenen Farben, um Sequenzen oder so etwas wie Kapitel zu schaffen, ein bisschen wie im Kino. Wenn man am nächsten Tag in der Geschichte ist, wird es oft mit Musik untermalt im Kino. Es gibt keine Stimme, die dann sagt am folgenden Tag. Und ohne diese Möglichkeit der Musik hat man im Comic eine andere Möglichkeit, und zwar irgendwo zu schreiben am Tag darauf. Und diese Lösung finde ich nicht so günstig. Ich habe es lieber, da mit den Farben zu arbeiten. Und bei jedem Wechsel von Farben versteht man, man hat jetzt eine neue Szene in der Geschichte. Und wie kamst du auf die... Achso, ja. Und wie entsteht dein Buch? Also zeichnest du zuerst oder entsteht erst der Text? Und was zeichnest du? Zeichnest du mit der Hand oder am Computer? Ja. Ja. Also, ich habe eine Frage über die Verstöne. Also, ich habe eine Frage über die Verstöne. Ist das du druck? Oder ist das du druck? Oder ist das du druck? Und das du druck? Alles ist schade über die Papier. Ich werde ich eine Planche hier. Hier. Alles ist schade über die Papier. und ich scanne mein dessin. Hier habe ich die Planche von Titov. Ah, ja! Ich sehe, wenn ich eine Planche von dem nächsten Album habe. Ja, ich habe eine hier. Ja, es ist ein Papier, sehr fein. Das ist der nächsten Album, der auch ein Roman Graphik ist. Es ist dessiniert auf Krayon, auf Krayon, auf Krayon, auf Krayon. Und dann kann man es auf Krayon scanne. Und die Farben sind auf Krayon. Die Farben sind aus der Numerik. Für die Ende. Für die Ende. Also, es wird alles auf Papier gemacht. Ich suche gerade ein Vorbild. Jetzt habe ich gerade etwas gezeigt. Das ist alles auf Papier. Und danach scanne ich meine Zeichnungen. Und das Papier ist dünnes Papier. Und jetzt habe ich gerade was gezeigt. Und zwar, das war ein Beispiel vom nächsten Grafik-Novell-Projekt. Alles mit ganz normalen Bleistiften gezeichnet. Und dann gescannt. Allerdings, was die Farben betrifft, das wird dann digital gemacht mit Odean-Farbe. Wir sehen hier jetzt gerade eingeblendet, ich hoffe, ihr sehen alle ein paar Making-ofs, die uns Sepp dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Mich interessiert, bist du dann richtig rausgegangen in den Wald und hast zu dieser Recherche dann wirklich vor Ort gezeichnet? Oder ist das, passiert das alles im Kopf? Also, hier, ich hoffe, dass jeder kann ausfügt, den Aufmerksamkeit zu sehen und sehen die Dessins, die ich euch mit den Arbrechen zeigen, mit den Arbrechen, in den Arbrechen. Meine Frage ist, Zeb, bist du aus dem Arbrechen, für den Arbrechen zu machen, oder hast du alles gemacht, mit dem Arbrechen zu sehen? Das ist alles in der Tat. non alors pour the end et pour tous mes albums il ya beaucoup de repérages sur place et pour diane c'était encore plus précis parce que j'ai trouvé le lieu donc la bande dessinée se passe sur une île en suède et j'ai une amie qui m'a prêté une petite cabane sur une île en suède donc je suis allé là bas j'ai fait un jour un jour et demi de voyage pour aller là bas je suis resté une semaine dans cette cabane sur une île où j'étais seul uniquement avec des arbres et des animaux autour de moi et tous les jours j'ai dessiné 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 pour récolter beaucoup de matériel d'ambiance et puis après ce sont ces dessins qui me servent de matériel de base pour pour faire mon histoire mais j'ai besoin de de travailler d'après nature pas tellement d'après des photos mais d'aller sur place dessiner de plus en plus et j'aime beaucoup alors évidemment je le fait parce que c'est des arbres et que j'aime dessiner des arbres mais j'aime là pour la prochaine bande dessinée aussi je tous les décors sont des décors réels pratiquement alors pour die end habe ich wirklich vor ort gearbeitet um genauer zu sein habe ich auf einer also die end findet auf einer schwedischen insel statt und eine freundin von mir hat ein häuschen tatsächlich auf einer schwedischen insel sie hat mir das häuschen geborgt und ich bin anderthalb tage gereist dahin und dann bin ich eine ganze woche alleine auf dieser insel geblieben zusammen mit den bäumen und mit tieren und dann habe ich gezeichnet und gezeichnet um mich diese diese atmosphäre von von dieser atmosphäre nicht einzuprägen und dann um an der geschichte arbeiten zu können und eigentlich brauche ich jetzt wirklich vor ort zu sein und ich mag das auch sehr und für dies für meine für die nächste arbeit werde ich auch viel vor ort sein brauche ich kann muss ich das jetzt sofort fragen weil sonst geht die frage verloren was ist die nächste arbeit ich hätte es erst ganz am schluss gefragt aber es ist schon der zweite hinweis alors je voulais poser la question à la fin mais là je résiste pas parce que c'est déjà la deuxième fois qu'on parle du prochain travail de la prochaine oeuvre qu'est ce que c'est la prochaine oeuvre alors je suis en train de dessiner deux albums en même temps un album le prochain album de tit of et un roman graphique sur le thème du cerveau numérique donc c'est un album de d'anticipation un album futuriste et moi j'aime bien justement faire deux choses très différentes en même temps donc un jour je dessine une page de tit teuf le lendemain je dessine à cet album qui est beaucoup plus réaliste et pour moi c'est une manière de aussi de d'assouplir ma main parce que même un métier où on passe des heures et des heures à faire des petits dessins et c'est agréable d'avoir deux manières différentes de dessiner comme ça on n'habille moins notre main je pense après je vous parle du 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 prochain album je vous laisse traduire d'accord d'accord c'est sympa merci also im moment arbeite ich tatsächlich an zwei sachen gleichzeitig und zwar titel das nächste heft und ein grafik novel zum thema digitaler gehirn und ich mag es eigentlich zwei verschiedene sachen parallel zu machen denn also ein tag arbeite ich an titel und ein tag arbeite ich an diesem realistischen projekt und das ist für mich eine art meine hand so etwas gelenkig zu behalten denn als zeichner verbringt man stunden dach damit ganz klein zu zeichnen und das ist ja schön wenn man verschiedene zeichnungen machen kann und aber danach werde ich gleich über meinen meine nächste arbeit sprechen oui donc j'ai rencontré le professeur qui travaille sur un projet qui s'appelle le blue brain project et qui est censé d'ici 2024 numériser un cerveau humain reproduire un cerveau humain de manière comme un ordinateur géant et ils sont en train de le faire et on peut imaginer que le jour où ce sera possible on pourrait tous se connecter à un cerveau numérique et au lieu par exemple de d'apprendre le français à l'école pendant des années il suffirait de le télécharger en 15 secondes et on parlerait tous toutes les langues que l'on voudrait on pourrait avoir aussi une connaissance quasi encyclopédique puisqu'on pourrait tout télécharger sur un ce cerveau numérique alors pour le moment c'est un projet mais c'est un projet qui est assez réaliste le principal écueil c'est l'énergie parce qu'il faudrait il faudrait pratiquement le l'électricité d'une ville comme berlin pour faire fonctionner un seul cerveau alors que nous notre cerveau fonctionne qu'avec l'énergie qu'on a dans notre corps mais en tant qu'auteur de fiction ce thème m'a intéressé et j'ai imaginé un monde futuriste où une partie des gens auraient la possibilité de se connecter un cerveau assistant avec des connaissances quasi infinies ok alors j'ai un professeur qui connaissait un projet qui s'appelle un projet qui s'appelle et qui s'appelle jusqu'à 2024 un mensongeur de l'histoire et qui s'appelle un cerveau genauso wie am computer und an dem tag wo es möglich sein wird würde man in der lage sei sich direkt einzus stoppen und anstatt jahrelang französisch lernen zu müssen könnte man dann automatisch französisch dann müsste man dann alles sozusagen hochladen aber das ist im moment nur ein projekt aber es klingt realistisch und das problem von diesem gehirn ist natürlich der energieverbrauch man braucht natürlich man würde so viel strom brauchen wie die ganze stadt von berlin um so ein gehirn zum funktionieren zu bringen aber da ich autor bin fand ich diese diese geschichte so interessant und ich habe eine geschichte erfunden wo ein teil der bevölkerung tatsächlich in der lage ist sich an so einem gehirn zu vernetzen und damit über ein anzyklopädisches wissen verfügen da das klingt faszinierend und ich muss sagen dass ich mich jetzt schon darauf freue aber jetzt beschäftigen muss noch mal kurz mit diesem buch das in deutschland ja auch noch gar nicht so lange erschienen ist und lesen die zweite passage wir sind ein kleines stück gesprungen jetzt lese ich auf deutsch und man sieht die französischen speech bubbles wir sind ein bisschen gesprungen theodor ist jetzt angekommen und ist mit dem professor auf der insel unterwegs und es sind merkwürdige dinge passiert tiere verhalten sich merkwürdig pilze sind plötzlich das substanzen es gibt ein chemilabor das keine schöne geschichte hat und wir lesen einfach noch mal ein kleines stück um so ein eindruck zu bekommen alors la un peu progresser dans l'histoire deodor est bien installé maintenant je lirai en allemand mais vous verrez le contenu en français et des choses étranges se passent en fait sur cette île les animaux se comportent de manière un peu étrange il ya des champignons un peu bizarres et puis à ce laboratoire de chimie bref je lis le passage en allemand und isabelle darf eine kleine pause machen also weil sie muss jetzt nicht übersetzen man kann es lesen merci isabelle wie niedlich was ist daran niedlich sie sie kämpfen um ein weibchen nur der sieger darf ihr einen ausgeben schön was ach ja manchmal wünsche ich mir man würde um mich kämpfen dir doch dann solltest du das solltest du dir ansehen was ist das die analyse ergebnisse deiner pilze schau mal du hattest recht sie sind voll von einer orangefarbenen substanz die nicht in ihren stoffwechsel gehört ich dachte zuerst dann chlor aber es ist ein unbekanntes molekül ein natürliches molekül nein nein es wurde modifiziert man hat ihm benzol hinzugefügt etwas das sich an menschliche rezeptoren bindet sieht aus wie ein medikament ja ja ein medikament das in großer menge aus einem labor in die natur gelangt ist aber das ist nicht alles ich habe die ergebnisse nach stockholm ins labor geschickt gerade kam die antwort das molekül das am meisten unserer mysteriösen substanz ähnelt heißt keriol keriol was ist das der stoff in chemiewaffen wie sie in syrien eingesetzt werden um himmels willen was ist passiert ich hatte angst er ist in den laden reingekommen auf mich zugelaufen als als wenn ich nicht da wäre was ist denn nur los mit dem was geht hier vor professor das würde ich auch gern wissen ich stelle mir langsam ernsthafte fragen in bezug auf pharmakorb professor sehen sie sich das an ein synthetisch hergestelltes molekül gottes willen haben sie etwas bei pharmakorb gefunden aber wir haben proben von gras und erde genommen die radioaktivität um das labor gemessen alles ist normal keine spuren von keriol nein wir müssen in das labor reingehen die die verheimlichen irgendwas vielleicht haben sie nur ein fass antibiotika in die kanalisation entleert ich werde eine offizielle anfrage stellen verdammt ich dachte sie sind visionär teo dabei sind sie blind die zeichen sind doch da und wir tun nichts verdammt was war das ein albtraum eine vision oder eine warnung ja mach hier mal wieder klein das war jetzt ein weiterer abschnitt ich breche einfach mal ab auch weil die zeit uns davon rennt und man sieht es ist entwickelt sich dramatisch aber man wird immer wieder auf eine falsche spur geführt johann du hattest du warst überrascht dass das sepp mit einem so ernsten thema kommt frage doch einfach mal wie du ja also ich habe mich gefragt weil du hast ja vorher das buch die töff gemacht und es war ja eher relativ lustig und wie kam es dazu dass du dann gedacht hast du jetzt mache ich was richtig düsteres und was ernstes und jetzt schreibe ich die ende also wie kam es auf die idee und was wolltest du damit sozusagen ausdrücken also voilà je m'arrête là j'ai fait la lecture de ce passage mais je m'interrompt vu que le temps passe comme on le voit dans l'histoire les choses évoluent énormément mais souvent on est emmené sur une mauvaise dans une mauvaise direction alors yohann toi tu as été vraiment surpris que zepp se met à dessiner quelque chose d'aussi sérieux tu voulais poser une question à ce sujet oui répond yohann je me demande après avoir dessiné titel qui est vraiment très humoristique comment est ce que tu es passé de l'envie de dessiner titel à l'envie de dessiner quelque chose d'aussi sérieux et puis qu'est ce que tu voulais nous dire en fait ok super déjà bravo ya comme pour la lecture merci bien et en fait d'andien j'étais j'étais très intéressé par toute la recherche autour de la communication entre les arbres et entre les animaux et les arbres et c'est un domaine de recherche qui est de plus en plus exploré notamment par un livre qui est un livre allemand de peter volleben qui est la vie secrète des arbres qui a eu un énorme succès et je me suis intéressé aux travaux d'un professeur français qui s'appelle francis allais qui travaille depuis 50 ans sur justement cette faculté qu'on les arbres de s'envoyer des signaux d'utiliser le réseau de racines et le réseau des champignons pour envoyer des informations parfois très très loin et j'ai eu envie d'inventer une histoire là autour qui est une histoire qui contient beaucoup d'éléments qui sont véridiques qui sont vrais qui sont des éléments scientifiques et évidemment comme moi je suis un auteur de fiction j'ai le droit d'inventer un peu en plus donc j'ai continué en partant de l'idée que les arbres possédaient dans leur adn l'histoire de notre planète l'histoire de toute la terre depuis la création ce qui est une théorie pas complètement folle parce qu'on sait que les arbres se régénère et qu'une partie de leur adn n'est pas encore complètement compris donc ils peuvent tout à fait on peut imaginer qu'une mémoire du vivant une mémoire de la terre est conservée à l'intérieur des arbres et c'est ce que cherche à trouver ce professeur pendant le l'histoire de vienne sauf ce qui ce qui va découvrir est beaucoup plus grave que ce qu'ils pensaient découvrir alors on va pas tout dire mais c'est ça alors bravo jacob d'abord pour la lecture bravo jacob für die schöne lesung danke also um auf die frage zurückzukommen in die end hat mich etwas besonders interessiert und zwar die forschung zum thema kommunikation und vernetzung zwischen bäumen und auch kommunikation zwischen bäumen und tieren darüber wird viel geforscht und es gibt dazu ein buch von einem deutschen autor der heißt peter wohl leben der hat viel erfolg gehabt das heißt das geheimnisvolle leben oder das geheime leben der bäume und ich habe auch kontakt abgenommen mit francis allais es ist ein französischer forscher der seit mehr als 50 jahren sich diesem thema widmen widmet und zwar die der vernetzung der bäume unter erde stoff die wurzeln und auch ihren wehigkeit champignon über pilze und vögel information zu verbreiten ich höre ein echo irgendwie ich auch könnt ihr ja bitte die mikrofon ausschalten dankeschön merci d'etan de mikrofon und diese geschichte ist dann teilweise war also es gibt tatsächlich viel forschung dazu aber ich als autor bin einfach ein bisschen weiter gegangen und ich bin davon ausgegangen dass die bäume in ihrer dna praktisch die geschichte des planet haben und das ist vielleicht auch nicht komplett falsch man könnte sogar sich vorstellen dass sie eine art gedächtnis der welt beinhalten und dieser professor in der geschichte da glaubt auch dran aber in seiner forschung entdeckt er etwas ganz anderes aber darüber will ich hier nicht reden vielen dank für die antwort ich wollte noch eine sache sagen johann die das habe ich ja noch gar nicht erzählt wusstest du dass javier bolsonaro dieser verrückte brasilianer der donald die bücher von von titel verboten hat ja er hat wahlkampf damit gemacht und hat gesagt dieses buch es war vielleicht ein anderes dass das muss verschwinden das muss raus aus den bibliotheken wie war die wie ist dein verhältnis zu javier bolsonaro sepp gibt es ein kontakt alors je voulais encore ajouter quelque chose à propos johannes est ce que tu sais que javier bolsonaro c'est ce fou qui est à la tête du brésil avait interdit les livres tels que celui ci les livres de titel c'était peut-être pas justement cet album ci mais en tout cas il en avait interdit et c'est ce qu'il a fait en tout cas pendant sa campagne avant les élections est ce que tu es en contact avec ravir oder ich muss fragen warum 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 hat javier bolsonaro angst vor titel das muss man eigentlich fragen mais la question pour être plus précis c'est de quoi avait peur bolsonaro enfin en quoi est ce que tu teuf plus particulièrement lui faisait peur oh pardon le micro voilà il y en a un livre de tu teuf qui s'appelle le guide du zizi sexuel de pip an lexicon je crois c'est juste et et ce livre est publié dans beaucoup de pays et il est publié au brésil et en fait bolsonaro est a fait campagne sa campagne contre le contre les homosexuels fait sa campagne politique et beaucoup contre il a été élu en disant beaucoup qu'il allait supprimer l'homosexualité de du brésil et il a utilisé beaucoup de de d'ouvrage enfin de deux choses qui de manuels d'éducation sexuelle en disant qu'il fallait les interdire et je sais pas très bien pourquoi mais en fait il s'est attaqué au guide du zizi sexuel et il a voulu absolument le faire interdire mais non seulement le faire interdire mais il a utilisé comme instrument de campagne pour dire que c'était de la propagande de la part des des activistes contre la contre le brésil et il est arrivé le soir du le soir du débat présidentiel au journal télévisé avec le guide dans le brandissant et en disant il faut interdire ce livre et en fait il nous a fait c'était assez incroyable parce qu'il a fait une publicité pour le pour le livre totalement inattendu et on comprenait pas très très bien pourquoi il était en guerre contre le contre le guide mais on le voyait s'énerver la contre contre plein de choses aussi je pense qu'il est vraiment fou je pense que le Also dieses Buch heißt Pipan Lexikon auf Deutsch und es ist in vielen Ländern veröffentlicht worden und auch in Brasilien und Bolsonaro hat tatsächlich eine Kampagne geführt gegen Homosexualität und er hat sogar behauptet, dass wenn er an die Macht kommen würde, würde er dafür sorgen, Homosexualität komplett abzuschaffen. Und er hat auch in diesem Rahmen auch viele Bücher verbieten wollen, die dieses Thema Sexualität behandeln und ich weiß ja gar nicht warum, aber er hat auch eine Art Propaganda geführt gegen die Aktivisten von deutschen Büchern, die gegen Brasilien seien. Und am Abend des Tefa-Duells hat er tatsächlich das Buch von Titev gezückt und gezeigt und auf unerwarteter Weise hat er für uns immens viel Werbung gemacht, aber wir haben bis heute immer noch nicht so ganz verstanden, warum er sich so dagegen gebeugt hat. Er ist, glaube ich, ein bisschen verrückt. Ich glaube, er ist, vielen Dank. Ich glaube, The End wird ihm auch nicht gefallen. Die Zeit rennt uns weg. Ich stelle noch eine Frage. Johann stellt noch eine Frage und wir haben noch zwei, drei Fragen aus dem Netz und dann wollen wir noch die Videos sagen. Meine Frage, frag du zuerst und dann frage ich. Meine Frage ist, wie war bisher die Reaktion auf The End und inwiefern haben Sie sich von Titev unterschieden oder kann man das gar nicht vergleichen, weil das so eine andere Zielgruppe ist? Inwiefern hat man von wem unterschieden? Also, die Reaktion auf das Buch The End auf die Reaktion auf Titev. Auf Titev. Ob das eine große Differenz ist. Also, ich muss mich überraschern, weil ich sehe, dass das Zeit lang dauert. Und insofern, ich bin sicher, dass die Reaktion auf Titev nicht mehr pläst wird. Also, ich habe zwei Fragen, aber d'abord zu dir, Johann. Welche Frage ist die Frage? Hier ist die Frage. Wie haben die Leute reagiert auf The End und wie haben sie reagiert auf Titev? Was ist die Frage? Insofern, Titev ist schon lange, aber er hat oft zu sprechen. Er hat oft zu sprechen, um die Situation, um die Situation, um die Situation, um die Situation zu sprechen. Für mich ist das nicht komplett anders, um die Verkauf zu machen, um die Situation zu sprechen. Ich glaube, es ist eine Art von der Gesellschaft zu sprechen, zu sprechen, zu sprechen, aber auch zu sprechen, zu sprechen, unter dem Humor zu sprechen. Ich denke, das Humor ist wirklich... Es ist wie ein Kit für Sie. Es ermöglicht, zu sprechen, zu sprechen, um alles zu sprechen. Wir können alle Dinge über den Humor sprechen. Die End, die Idee war, zu erzählen, eine Geschichte dramatische Geschichte, aber auch eine Geschichte, die ist die Platz der Mensch auf der Erde. Ist es der Mensch wirklich der Mensch der Welt, wie er denkt, oder ist es nicht der Mensch der Mensch der Mensch, aber wir sollten uns hören, was die Mensch uns sagt, denn es ist sie, die entscheidet, unser Leben zu sprechen. Ja, also Titeuf existiert eigentlich schon lange, aber er spricht... Also in den Titeuf-Alben geht es auch um Umwelt und um gesellschaftliche Themen. Und deswegen ist es für mich nicht so ein Riesenunterschied, über Themen zu reden, die auch ernst sind. Aber ich habe das bisher immer mit Humor gemacht. Und Humor ermöglicht es auch, ernste Themen zu behandeln. Das macht das alles möglich. Aber in die End habe ich eigentlich eine dramatische Geschichte schildern wollen, eine Fiktion. Aber es geht auch um den Platz des Menschen im Allgemeinen. und zwar um seine Stellung. Ist der Mensch eigentlich der Herrscher des Universums oder sollten wir eher dem Planet zuhören? Denn eindeutig entscheidet der Planet über unsere Zukunft. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Bevor wir jetzt die letzten Fragen bringen, möchte ich gerne Marguerite bitten, das erste der Schüler-Videos einzuspielen, wenn es geht das aus Berlin, wenn das möglich ist. Weil da meine Frage sehr gut dazu passt. La dernière, avant de poser la dernière question, j'aimerais que Marguerite, si c'est possible, montre la vidéo a partir de Berlin, si ça marche. Oui. Danke. Merci, ça fonctionne. Es gibt keinen Sound. Da. Ich sehe einen Sound. Da. Die Sound. Das respektive ist. Dashour-Viräusche Herst. In derroom-Viräusche Herst. Da. Das ist offen. Sie sind schäuble. Sie sind wie lief. Wenn man eine BD mit einem schönen BD und eine kraftvolle Beziehung ist, die Freiheit und die Freiheit ist. Ich liebe die BD, weil es eine neue Perspektive gibt. Ich liebe die BD, weil die BD sind. Ich liebe die BD. Ich liebe die BD. Ich liebe die BD. Ich liebe die BD. Man kann diese Videos jederzeit bei YouTube nachsehen. Man merkt, wie eindrücklich die sind. Das war vom Händel-Gymnasium aus Berlin der Beitrag von der 9. Klasse. Vielen Dank. Die Daumen gehen hoch bei Sepp. Wir zeigen gleich noch das andere Sieger-Video. Ich habe eine Frage an Sepp, die passt ganz gut zu dem Video. Wie ist es als Zeichner, etwas zu zeichnen oder eine Geschichte zu erzählen, die unsichtbar ist? Weil die Bedrohung und das, was geschieht, was eigentlich gefährlich ist, das sehen wir die ganze Zeit nicht. Was ist das für eine Herausforderung für dich als Künstler? Also, la qualité n'était peut-être pas très bonne, mais vous pouvez revoir les vidéos à tout moment sur YouTube. C'était la vidéo du lycée Händel, de la quatrième des élèves de Berlin. Et j'ai une question. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, en tant que dessinateur ? Tu devais, en fait, dessiner quelque chose qui est invisible, parce que tu parles de quelque chose qu'on ne voit pas. Comment ça s'est passé pour toi ? Il fallait dessiner, en fond, faire des arbres, des personnages de l'Histoire. Et je trouve que les arbres peuvent avoir une expression. Et en plus, dans cet endroit où je suis allé les dessiner, il y a beaucoup de vent. Donc, les arbres sont très torturés, avec des branches tordues. Donc, ça donne un côté assez dramatique. On a l'impression qu'ils ont presque une expression. Par moments, on a l'impression qu'ils se penchent, qu'ils s'expriment. Et j'ai juste montré le vent avec des feuilles qui volent. Et on comprenait que l'information passe. Mais c'est vrai que c'est une partie mystérieuse. On sait que les arbres s'envoient des informations par le sol, par les racines, par l'air. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et je pense que c'est presque plus facile de le montrer au cinéma qu'en dessin. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo qui a été réalisée. Ils mettent une musique un peu dramatique et on comprend qu'il se passe quelque chose de dramatique. D'ailleurs, Diane va être adapté en série de télévision. Et je pense que ce sera l'occasion aussi de parler encore plus du sujet. Et d'ailleurs, dans la série télé, il y aura Bolsonaro. Bonjour. 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 der Forschung, dass über die Luft und auch über die Wurzeln, das Wurzelsystem, es so geschieht. Aber ich habe den Eindruck, dass es einfacher zu zeigen ist in dem Filmbereich. Denn hier sieht man das, eine Musik, die etwas Spannung erzeugt und dann versteht man, dass da was passiert. Apropos, die End wird auch verfilmt im Format einer Fernsehserie und das wird natürlich die Gelegenheit sein, um über dieses Thema zu sprechen. Und tatsächlich wird auch Bolsonaro eine Rolle spielen. Wir hören dich nicht, Jakob. Ja, ich hoffe, er muss nicht selber mitspielen. Wir sind sehr gespannt auf den Film und ich finde es sehr gelungen, gerade auch in den Sachen, die nicht gezeigt werden. Das nur nebenbei. Wir haben jetzt noch ein Video. Margarit, ich würde dich bitten, das vorzubereiten. Und wir haben noch zwei Fragen. Die erste stelle ich gleich, die kommt von Melis, die hat es im Chat gefragt. Sepp, wie lange hast du gebraucht für diesen Comic, um ihn zu zeichnen? Das wäre die Frage. Und dann gucken wir uns den Film an. Also, ich hoffe, er wird nicht sein eigenes Rolle in der Série Télévisions. Aber ich finde es sehr gut in diesem Album, das sind die Dinge, die wir nicht sehen, die wir nicht sehen. Und dann gibt es die nächsten Video, ich habe zwei Fragen. Eine Frage kommt von Melisa, die Frage, wie lange dauert es, wie lange dauert es für ein Album? Wie lange dauert es für The End? Ich denke, ich denke, wir werden sehen. Oder wenn du willst, wenn du willst, dann... Ich weiß nicht, ob es der Sonne hört den Ton nicht. Deppend! Deppend! Die Mord-Sophie des Süd-Exkaliere, comme c'est R.I. und sein Trotter-Tradageuse, n'oubliez pas de notre amas. Dites-nous, pourquoi vous pompez des Obdus dans notre rivière. Non. Mon, a fait des Sosia. Mon, des Bonfaits, des Psiu. Pas mal encore. Ja, das Video kommt aus Vaterstetten, ein bayerischer Ort und da vom Humboldt-Gymnasium von der 10. Klasse. Die letzte Frage war, wie lange hast du gebraucht für diesen Comic? Und dann hat Johann das Schlusswort. Und wie die Ender ist, in zwei Tagen gibt es ein ganzes Worte, die Recherche und die Storyboarden. Wir schicken die Geschichte sehr einfach, um zu sehen, ob sie funktioniert. Und das dauert ungefähr 2-3 Monate. Und dann dauert es ungefähr 6 Monate, um es zu dessen. Also insgesamt ungefähr 8-9 Monate. Okay. Also erstmal vielen Dank. Es ist ein wunderbares Video. Bravo. Zur Frage zurück. Man braucht immer zwei Phasen. Die erste Phase für die Recherche, die Recherchearbeit, um ein Storyboard zu zeichnen und zu sehen, ob die Geschichte passt. Das hat zwei, drei Monate gebraucht. Und danach zum Richtigzeichen braucht man 6 Monate. Dann würde ich sagen, insgesamt 8 oder 9 Monate. Ja, Johann, du hast noch eine Frage, bevor wir jetzt leider Schluss machen müssen. Genau. Ich habe noch eine Frage. Nämlich in deinem Buch ist ja auch viel über den Klimawandel. Und meine Frage wäre jetzt, macht dir so eine Bewegung wie Fridays for Future Hoffnung, dass das Schlimmste vom Klimawandel noch abgewendet werden kann? Das fragt mich auch. Ich hoffe, dass die Dinge, die sich nicht zu erinnern werden, dass das Schlimmste vom Klimawandel noch nicht zu erinnern werden. Und ich finde es genial, dass die Prise der Bewusstsein, dass sie von Kindern, die sich mobilisieren, für die Planeten. Und Friday for Future, ich finde das super. Und ich finde, dass diese neue Generation, ich glaube, dass diese neue Generation, ich glaube, dass sie wirklich sehr viel überwärts ist. weil sie wollen zu reagieren. Ich glaube, dass die Fischung, die Menschen, die Geschichte erzählen, ist, dass sie uns berücksichtigt werden, um uns zu fragen, um uns zu stellen, um uns Fragen zu stellen. Ich bin sehr glücklich, dass es ein Publikum sehr jung ist, weil ich glaube, dass es das Publikum, die Dinge verändern wird. Also ich bin eine frohe Natur, ich bin ein Optimist und ich hoffe wirklich, dass alles wieder gut enden wird, dass wir nicht von der Erde ausgelöscht werden. Und ich habe den Eindruck, also ich bin überhaupt ganz froh über diese Bewegung und was ich genial finde, ist, dass diese Bewegung von Kindern und Jugendlichen kommt, die nicht zögern und direkt auf die Straße für ihre Ideen gehen. Ich habe den Eindruck, dass diese nächste, dass diese kommende Generation wirklich Hoffnung macht und sie wollen einfach reagieren. Und die Rolle der Fiktion, die Rolle der Geschichteerzähler ist auch manchmal Warnsignale zu senden und ich freue mich besonders darüber, dass ich so ein junges Publikum habe, denn sie wollen die Dinge in der Welt ändern. Man hört dich nicht. Ton? Vielen, vielen Dank für diese optimistische Antwort, die uns gut tut, aber es ist auch ganz klar, es ist kein Spaß. Also man kann nicht einfach hoffen, dass alles von alleine gut wird. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken. Wir wollten nur eine Stunde machen, jetzt sind es schon 70 Minuten. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei Myriam Lubiot, die das alles eingefädelt hat mit Dominique Pett zusammen vom Institut Francais, natürlich bei Isabelle für die fantastische Übersetzung, bei Johann und Marguerite für die technische Unterstützung, bei Schreiber und Leser, dem Verlag, der das verlegt hat, die End in Deutschland. Ich möchte mich bei Johann bedanken und wir wollen uns beide ganz besonders bei Philipp, bei Sepp bedanken für die tollen Komik. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank. Und ich kann nur dafür werben, dass auf diesem Kanal, glaube ich, immer wieder tolle Sendungen zu sehen sind über Literatur, vom Institut Francais und immer auch zum Thema Komik, weil das einfach in der francophonen Welt eine viel größere Rolle spielt. Wir sind sehr neidisch auf die Franzosen und auf die Romandie natürlich. Au revoir. Au revoir. Und ich insiste, ich möchte, für ein kleines Erlebnis für ein kleines Erlebnis, für dieses Kanal, die regelmäßig über die Literatur, also über die Französische Institute, und insbesondere über die Bande dessinung, car la bande dessinée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu en France qu'en Allemagne. On est d'ailleurs très jaloux à ce sujet. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.